Ich bin du. Deine Angst. Ich spüre es wieder. Ich fühle es auf meinem Gesicht. Was siehst du? Na los, sag's! Ich sehe mein altes Leben. Was wäre? Was wäre, wenn jeder deiner Verwandten, jeder, den du kanntest, nicht mehr da wäre? Diese Verlassenheit lässt mich fast verrückt werden. Diese Verlassenheit löst bei mir tiefstes Leid aus. Und er scheint keinen Ausweg zu geben. Ich brauch dich nicht mehr in meinem Leben. Ich bin der nicht mehr in meinem Leben. Ich bin der Leid aus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020